Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir sind hier immer noch auf der anderen Seite des Tals und buddeln hier nach wie vor die Erde weg. Damit fangen wir auch gleich direkt an. Und genau, das Spiel ist noch ein bisschen leiser geschaltet, mit Absicht, damit uns hier aber nicht komplett die Ohren wegfliegen beim Erdebuddeln. Die Schaufel hält jetzt auch so schön lange durch, das ist wunderbar. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir langsam voranschreiten müssen mit unserer Farm hier, mit der Monster-Farm. Dass wir ein Mending da drauf bekommen. Damit wir auch diese Schaufel wieder reparieren können. Und alle unsere andere Ausrüstung und so weiter und so fort. Bei Mending, ich hab's ja schon mal erwähnt, gibt's ja nur durch Trading mit Villagern oder durch irgendwie Schatzkisten. Die kann man nicht selber erlangen. So, das Loch lass ich mal noch so lange hier, bis wir das irgendwann mal komplett erkundschaftet haben und ausgeleuchtet haben. Weiß ich gar nicht, ob da schon weiter unten waren, ehrlich gesagt. Und hier müssen wir auf jeden Fall wieder eine Menge, Menge Gras und Blumen platt machen. Damit wir dann hier einfach alles auch gerade machen können. Ich nehm einfach mal auf die Grasblöcke dafür und fang schon mal an, hier ein bisschen aufzubauen, aufzustocken. Für mehr Baufläche dann im Nachhinein. Wie das Ganze hier dann natürlich aussehen muss und wird, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht im Nachhinein, dass wir dann den Hügel hier wieder so ein bisschen angleichen hin. Aber jetzt für den Anfang werde ich erstmal eine große Fläche hier versuchen zu bauen. Das muss auch alles weg. Irgendwo geht's hier runter. Oh, da müssen wir auch... Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein mit diesen Höhlen hier drunter, damit wir... Die dann, wenn wir die irgendwann mal zubauen... Wie machen wir das denn am dümmsten? Nicht da hin? Ne. Dass wir die so zubauen, dass wir da nicht sofort runter plumpsen, wenn wir vielleicht doch nochmal ein bisschen hier in die Tiefe buddeln. Und ich meine, wenn, dann ist es halt so. Also man braucht viele Löcher im Boden. Wirklich ein bisschen ungünstig. So, ich klatsche das auch gerade bewusst alles erstmal so, weil ich meine, ich könnte über das Gras einfach drüber bauen. Aber der Erfahrung nach, oder zumindest bei mir läuft es immer so, ich klatsche dann meistens die Blöcke einen zu hoch hier drauf und... Ah ne, das geht gar nicht. Bei den Blumen wird das passieren. Aber bei dem Gras dachte ich, dass man auch aus Versehen oben drüber den Block klatschen kann, wenn man zu hoch guckt. Und ich sollte vielleicht die Fackel aus der Hand nehmen, solange wir hier bauen, aber mal schauen, ob das notwendig ist. Hier werden auf jeden Fall eine gute Ecke auf, wenn ich aufbaust, aufstocken müssen mit Erde. Und wir hier eine große, große Fläche bekommen. So, aber auch praktisch, dass wir direkt mal alles schön mit Gras wieder voll klatschen können. Dann dauert das gar nicht so lange, bis hier wieder alles schön begrünt ist. So, Schaf, bitte, dein Pop ist da einmal weg. Du stehst im Weg. So, mehr Gras haben wir gar nicht, wir haben zwar noch ein bisschen Erde. Aber in die Richtung werden wir schon auch noch ein bisschen weiter gehen müssen. Wo wir hier jetzt an sich schon eine gute Fläche haben, wenn das hier noch zu... Ach, das ist der Villager. Ich dachte gerade, das hat ein komischer Zombie da rüben rum. Also ich dachte, das wäre so ein bisschen so ein Creeper-Zombie-Verschnitt irgendwie. Ja, was auch doof ist, dass hier hinten die Saplings halt nicht wachsen. Ich möchte mal was ausprobieren. Es gibt ja hier die Simulationsdistanz. Wenn wir die einfach mal hochschrauben. Ich hoffe, es leckt jetzt dann nicht. Ob das was damit zu tun hat, ob die da hinten dann wachsen können. Möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ich meine, jetzt können wir es ja gerade wunderbar testen. Wir bleiben jetzt erstmal eine ganze Weile hier oben. Kommen wir ja gucken, ob das funktioniert. So, die Blümchen können da unten hin. Willst zum Bauen, lege ich einfach auch schon mal hier hin. Wie machen wir das am dümmsten? Die Festung muss natürlich in die Mitte möglichst rein. Ah, dieses ganze Fort. Doch die Frage sind natürlich jetzt verschiedene Ansätze, wie man so eine Festung bauen kann. So ein Monsterspawner natürlich meine ich. Ich hole mir noch mal ein bisschen Gras einfach und baue da hinten noch ein bisschen auf. Und dann kann man in der Zwischenzeit kurz quatschen und überlegen, wie man das am dümmsten angeht. Wenn wir diese Festung... Ah, warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob die Villager sich vielleicht da hinten schon mal fortgepflanzt haben. Das ist ja ein ganzer Tag vergangen. Das heißt, die müssten ja eigentlich jetzt Zeit gehabt haben. Oder wieder Lust gehabt haben. Das nochmal zu versuchen. So, die beiden rennen hier so rum. Ein Kind sehe ich jetzt keins. Ein Kind würde ja eigentlich beiden. Oh oh. Ich höre hier ein Zombie, das ist schlecht. Der sei nicht hier drin. Nein. Nein, ein Zombie ist ganz schlecht hier. Könnte der sein natürlich irgendwie unten drunter. Solange der nicht rauskommen kann, ist es wieder okay, aber... ungünstig. Blöd. Ich glaube, das hat noch nicht funktioniert mit einem Kindchen. Du da hinten bist doch bestimmt der Priester, oder? Oder wie? Kleriker? Was ist denn das für ein Beruf, den er hier hat? Ja, Kleriker. Genau, den kann man auch nicht auch wunderbar leveln. Ich weiß auch gar nicht, ob die verschiedene Trades bekommen. Also, ja, man kann sie hochleveln, aber ob die Trades sich dann irgendwie auch abwechseln, wenn die Maximallevel erreicht haben. Oder ob man da auch mal so... Naja, irgendwie so ein Zufallsprinzip hat und dann bräuchte man neue Villager, wenn der Trade einem nicht gefällt. Alles so Sachen, die man noch lernen muss. Oder die ich bis jetzt noch lernen muss. Viele von euch werden es bestimmt wissen. Zumindest jeder, der sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, glaube ich, kennt sich damit relativ gut aus. Aber ich bin ja immer noch auf dem Stand von... Ja, Villager wurden eingeführt und die können nichts. Und irgendwann kam dann das Handeln dazu und das war aber das... Mehr weiß ich auch wirklich eigentlich gar nicht zu denen. Was die können oder was sie nicht können. So, hier, selbes Problem. Loch im Boden. Braucht es mal noch nicht so ganz zu, nur so ein bisschen hier. Jetzt nehmen wir eine Fackel hier, damit es auch hier unten noch direkt hell bleibt. Da fehlt auch die ganzen Höhlen eben noch nicht zu bauen, damit wir eben nachher noch wissen, wo müssen wir wieder runter, wo müssen wir noch ausleuchten. Ich nehme jetzt echt mal kurz die Fackel aus der Hand. Hier werde ich jedes Mal... ... alles... ... anfackeln. Aber es wird ja schon. Hier würde ich tatsächlich einfach einen soliden Boden reinmachen. Wir haben sowieso viel zu viel Erde in unserer anderen Kiste, in unserer anderen Bude. Und dann so eine Einserschicht hier irgendwie offen lassen, finde ich irgendwie mal blöd. Ich bin echt kein so ein Fan davon. Auch tiefere Schichten finde ich natürlich noch blöder, weil dann hast du Monster, die in Aventuals spawnen könnten, wenn man es nicht ausleuchtet. So weit müssen wir ja auch tatsächlich gar nicht bis darüber bauen. Also so viel Erde müssen wir jetzt nicht hier in mehreren Schichten auftragen. Ich skippe mal ganz kurz das Lied. Das war ein sehr schönes Lied. Es gilt nur was zwei. Aber es ist gerade so ein bisschen sehr trist. Das passt irgendwie auch nicht. Dann gehen wir erstmal bis hier. Dann ist zwar erstmal eine Zweierkante, die hier steht, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Zumindest für mal ein bisschen jetzt einen besseren Überblick, wie weit das Ganze hier geht. Ich meine an sich, dieser Festungskörper muss ja gar nicht so groß sein tatsächlich. Wackel wieder in die Hand. Dann kommt eine hier und dann bleibt es auch jeden Fall hier immer schön hell. Das passt sogar als Eingang perfekt. Wo mache ich eigentlich den Eingang hin? Vielleicht auf Dorfseite hier. Ich glaube, das würde sich am meisten anbieten, tatsächlich irgendwie direkt hier diesen Weg sogar schon zu nutzen. Dann hast du hier so eine Art Tor, wo du reinkommst in das Ganze und dann kannst du hier dich ausbreiten. Weil hier vorne einen Eingang machen macht keinen Sinn, weil da ist ja nur der steile Berg. Und das fände ich irgendwie unsinnig. Ja, und wenn man es irgendwie hier schafft, die Treppe irgendwie vielleicht hochzubauen, wie ich schon angekündigt habe, vielleicht durch die Höhlen so ein bisschen durch. Ich glaube, dann könnte das ganz cool werden, wenn man dann hier rauskommt. Dann kommt man hier hoch und dann geht es hier rein. Bisher hat sich mit der Simulationsdistanz da hinten noch nicht viel getan. Das Einzige, was vielleicht... Sind da noch Öfen oder sowas gemeint? Dass unsere Öfen da hinten jetzt weiterlaufen. Aber keine Chunk-Updates, was Saplings betrifft. Ich weiß es ja, ich sage nicht, was Simulationsdistanz genau bedeutet. Also was da simuliert wird oder was auch nicht. Ich gucke mal, ob ich unten noch mal ein paar Villager finde. Halt, da brauchen wir auf jeden Fall erstmal unser Food. Dann machen wir gleich mal ein paar neue Betten. Drei Betten. So. Die Wolle auch hier rein. Und jetzt bitte irgendwo am besten, welche zwei, die nahe beieinander stehen. Einen da hinten irgendwo gehört? Aber nur einen. Nicht zu wenig. Ach du, du schießt immer noch hier. Ja genau, weil du da nicht rankommst, aber das ist okay. Kann man den schön geparkt lassen da drin. Ich glaube, ich setze ihm einfach auch mal ein Bett. Und wir könnten hier... Ich lasse mal ein Bett mal da. Einfach überall Betten hin, damit die auf jeden Fall genug Radius haben, wo sie ihre Betten erkennen können. Wenn sie sich dann mal doch irgendwann dazu entscheiden, Babys zu bekommen. Vielleicht dauert es ja auch einfach eine ganze Weile, bis so ein Baby entsteht. Ich muss das hier nicht mal zubauen. Jetzt ist es blöd. Zumindest mal diese Ecke hier. Achso, dann können wir das Spiel auch wieder ein bisschen lauter machen. So. So, wo seid ihr denn alle? Wo seid ihr denn? Ja, das ist ein Blutiker. Der eine. Da oben ist der Schmied. So, was nochmal mit euch beiden versuchen. Komm, du kriegst nochmal... Das. Und du da unten. Dich locken wir aber mit dem Essen mal hier raus aus deiner Bude. Funktioniert das? Na, komm. Liegt hab, hab, hab. Na, los. Ihr frisst ganz schön viel dafür, dass ihr irgendwie nichts auf die Reihe kriegt, ne? Ich glaub, das würde einfacher gehen, wenn ich die direkt schon bei uns in Gefangenschaft halte. Also irgendwie in einem relativ kleinen, eng geschlossenen Bereich. Ich glaub, dann geht das deutlich einfacher wie... Oh Gott. Vielleicht locken wir jetzt hier. Ich glaub, so werden wir das auch in Zukunft handhaben müssen. Ich wollte halt erst ein paar Villager hier irgendwie halt ranzüchten in dem Sinne. Das blöde Obergras hier weg. Damit wir halt auch das Dorf so ein bisschen bevölkert lassen einfach noch. Und nicht alle nach da oben locken und dann ist hier unten keiner mehr. Ich mein, klar, man kann im Nachhinein wieder auch ein paar Leute hier runterziehen. Das geht auch. Aber ich glaub, wir werden es auch so machen müssen, weil... Bisher ist das ja irgendwie nicht so erfolgreich hier mein Versuch. Ja, ich lass ihn mal machen. Es gibt auf jeden Fall genug Betten jetzt überall. So, jetzt ist wieder mal die Frage, wie gehen wir das hier an? Ich muss mal ganz kurz überlegen, wie breit machen müssen wir das bauen? Es gibt, wie vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Modelle, natürlich so eine Monsterfalle zu bauen. Ich würde es gerne so machen, dass wir... Ja, es möglichst klein halten. Ich will jetzt hier keinen riesen, gigantischen Klotz hinstellen mit auch noch einer Redstone-Anlage und so weiter und so fort. Das sind automatische Monster runtergespült werden. Sondern eigentlich so eine klassische Pfeiler, wo du halt ein paar Ebenen vielleicht hast und dann fallen die halt automatisch runter. Ich glaub, das wär... Ist ja nicht die effizienteste Variante, natürlich, das ist klar. Aber das wäre, glaub ich, zumindest mal... ...ne Variante, die halbwegs in die Landschaft hier reinpasst. Alles andere finde ich einfach irgendwie zu viel. So, das müssen wir mal so lassen bis dahin. So, hier haben wir gesagt, wo wir den Eingang machen. Können wir nicht direkt die Dreierbreite von hier nutzen? Würde ich hier wieder ein bisschen was kurz wegnehmen? Jetzt geht's mal weg, die stehen irgendwie auch mal am Weg. Dann würde hier irgendwie die letzte Treppe hinkommen. Und dann geht's hier hoch in... ...Tiefestung. Obwohl, wir können auch wieder mal... Moment. Wir stacken das Ganze einfach mal auf. Ich hoffe, unser Bett wird uns nicht gleich wieder geklaut. Aber ich glaub nicht, weil der da unten kommt, der sowieso nicht raus. Ja, darf nicht hin. So, dann ist hier der Eingang. Hey, wir haben schon einen Bewohner. Wunderbar. Du lässt bitte mein Bett in Ruhe. Okay. Ah, das ist so schwer zu bauen oder zu gestalten. Aber wie baut man denn nochmal die... ...Guffoldings? Bambus und Strings. Diesen... ...die werden wir auf jeden Fall brauchen als irgendwie Gerüst, damit wir uns hochbauen können. Das heißt, wir müssen nicht mehr Bambus anbauen. Mist. Ja, das können wir dann auch gleich hier als nächsten Schritt machen. Wir haben ja ein Bett da stehen lassen. Wir laufen einfach schon mal wieder kurz zu unserer Bude rüber. Holen mal ein paar Steine. Hoppala. Der Bett ist dunkel genug. Schön hier am Hang pennen. Bitte nicht runterfallen. Bitte nicht auf der falschen Seite aufstehen. Nee, passt. Ähm, und dann mit Scuffoldings können wir uns nämlich ein bisschen nach oben bauen. Dann ist es nämlich einfacher... ...ähm, in die Höhe zu kommen. Eine gewisse Höhe müssen wir auf jeden Fall erreichen, weil sonst haben wir einfach nicht... ...ähm... ...ja, die Möglichkeit, diese ganzen Ebenen da zu bauen. Man muss ja auch selber weit genug wegstehen, damit auch die Monster spawnen können. Das ist so der Punkt, der bei den meisten Schwierigkeiten oder Bauchkummeln, sag ich mal, bereitet. Und ich weiß, die Distanz zum Wegstehen ist schon relativ hoch, dass Monster spawnen können. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch. Alles klar, das kann ich wieder easy nachlesen. Mache ich vielleicht auch gleich mal kurz zwischen den Folgen. Dann ja, weil hier ist unsere Treppe. Wir müssen ja gar nicht mehr... ...chaotisch nach oben laufen. So schnell im Sprint. Ja, Mist of Pandaria hat schon einen sehr schönen Soundtrack. Das ist natürlich die WoW. Wer es nicht kennt. Vielleicht mal kurz ein paar Blumen hier oben los. Die Sache ist jetzt halt auch wirklich, wie machen wir das mit den Steinen? Weil wir haben von denen halt einfach viel zu wenige. Ich überlege schon, ob wir da drüben irgendeine Art Steinfarm, einen kleinen Steinbruch machen. Damit wir an Steine kommen. Ich glaube, wir haben die hier noch. Die würde ich mal mitnehmen. Aber die sind eigentlich für die Außenbereiche, finde ich. Die sollen die Außenbereiche... ...machen. Also Saatürme oder sowas vielleicht. So, Bambus wollte ich. Bambus, Bambus, Bambus. Bambus. Aha. Ach, halt. Bambus ist hier beim Holz natürlich. Nein, nicht hier. Hier aber einen lassen wir mal drin. 26 nehmen wir mal mit. Das ist zwar eh eigentlich viel zu viel, aber... ...passt schon. Sticks werden wir, glaube ich... Ne, warum erst mal keine. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas hier mitnehmen sollten, ob wir irgendwas brauchen hier. Die Spruce Fences könnten wir mitnehmen. Die werden wir, denke ich, brauchen. Erde an sich. Nehmen wir mal ein bisschen mit, dann können wir jetzt einfach in die Kiste werfen, falls wir da mehr erweitern wollen. Sand brauchen wir nicht. Kies brauchen wir auch erst mal nicht. Das ist alles so schöne Sachen, die dann erst im Nachhinein irgendwann kommen. Also mit Kies meine ich halt Wege bauen und damit halt ein bisschen das Ganze, ja, stilisieren, ein bisschen schöner machen. Genau, Stormbricks, die will ich jetzt eigentlich haben. Wo mache ich denn ganz einen Stack von? Ne? Achso, wenn ich jetzt auf Shift natürlich nie drücke. Sind Stormbricks das, was ich hier will? Ich glaube, ja. Können wir hier mal draus machen? Können wir nur andere draus machen? Warte mal, wenn ich die so mache, wird noch auch Stormbricks draus, oder? Ja, genau. Da wird aber nichts anderes draus, okay. Müssen wir da nicht zurück machen als glatte Steine? Ne, kann ich nicht. Okay, da müssen wir aufpassen, damit wir da nicht zu viel reinschmeißen. Was ich auch schon mal mit rübernehme, ist der Stonecutter und einfach einen Cauldron, weil wir noch einen Platz im Inventar haben. Leute, ich sage es euch, das wird schwierig, das wird schwierig. Mossy Cobblestone, können wir den Stonecutter eigentlich verarbeiten? Oh, könnte man. Aber das ist natürlich auch... Hm, das reizt natürlich. Mossy Cobblestone, wie mache ich den nochmal? Den kann man künstlich herstellen. Man kann Moos ja irgendwo abbauen. Aber dafür fehlen es auch diese Caves, wo das Moos wächst. Naja. Ich verabschiede mich aus dieser Folge. Wieder mit Blick auf die Landschaft da drüben. Oh, man sieht schon, es ist sehr glatt geworden da. Es ist hier sehr ebenig. Und ich glaube, wir müssen eine Sache mal angehen und zwar folgendes. Also das hat ja nichts gebracht, das machen wir da auf 10 runter. Aber wir müssen das mal hochschrauben. Weil wir sehen nämlich gar nicht bis ganz nach hinten in den Horizont. Wir würden nicht die ganze Festung sehen. Jetzt gehen wir weiter. Also diese zwei Chunks brauchen wir auf jeden Fall in der Sicht. Weil sonst sehen wir einfach nicht, wie weit unsere Festung geht. Würde ja komisch ausschauen. Man hat auch hier mal schon ein bisschen gesehen, dass hier teilweise das Haus ein bisschen abgeschnitten war. Dann mit 16er Chunks sollten wir spielen in der Rinderdistanz. Ich hoffe, es gibt keine Frame-Einbrüche, aber an sich hat sie bisher ganz gut funktioniert. Ich hoffe, es bleibt so. Gut. Es gab voll Ding. Ne, warte, Strings brauchen wir noch. Strings. Ganz kurzes Moment in der Folge noch. Ich weiß, ich bin schon wieder rüber bei der folgenden Zeit, aber Strings brauchen wir... Oder? Das war schon hier. Gucken wir mal ganz kurz. Es gab voll Ding. Strings, jawohl. Dann ruhig den ganzen... Nee. Jetzt mal die Karotten weg. Nein, ich hab's gedreht. Ich hasse es, wenn ich das drehe. Dann muss ich immer wieder alles herrichten. Moment, Moment, Moment. So. Dann nehmen wir einen Stack an Strings mit. Und dann sind wir jetzt gut ausgerüstet für die nächste Folge. Und in diesem Sinne, bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.